Und damit begrüße ich Sie und euch ganz recht herzlich zurück zu einem neuen Teil von Let's Play, Du Geil aus, jetzt war das ja! Er dreht wieder durch. Es ist wieder so weit. Hinter uns steht nur die Polizei. Bums. Oh, Kevin. Treff ich mit Tealers. Wenn wir einen Geldflug haben, brauchen wir ein Business, um uns Geld zu füllen. Willst du einen Shop? Das wird mehr Probleme geben, als es es kostet. Ich sage, wir kaufen einen von der Morningstar. Weil sie kommen auf die Chance, um uns zu verkaufen. Nein. Weil wir bereits das Geld haben. Willkommen wieder? Wir nehmen das Geld aus der Lockbox und kaufen eine Story in unserem Namen und sagen... Well, sie können nicht argumentieren. Aber wir haben noch schon... Ey, Alter! Ja, das ist wohl so eine Tutorial-Mission hier am Anfang. Ja, wie oft und wie lang denn noch? Ja, das weiß ich doch nicht. Wir haben noch schon Laden. Ja, aber halt noch nicht offiziell. Naja. Stopp! Und jetzt? Hä? Zwischensequenz. Warum sind unsere Autos rosa? Das ist lila, ja. Ja. Hast du gekauft? Ja. Du auch? News Problem. Und dann schla Wochenungsrund und dann den von der 2 und das ist ok. Der Tag Topf und dann haben wir gebraucht können. Sorry. Was ist die erste Unbekannte? line- δεν- validation. Wo würde dieacity stehen, hier ist aber es abkürzungen entdeckte über wird dein die die 6. besorgt die diesbezügliche mannen Oberg der Lobby im die Mainzer Aromi Leitberg der Hektobo die Suppe zu treibenden Mord es ist nur ein Anleihen an einem Grund was er nächst die in der Box wir haben im Kreis Brick und Mortar Baby will es den Stieg so viele Pena sind auch der Syndicate das ist ja noch heftig als ich mit meiner Motorhaube müssen wir jetzt machen Immobilie kaufen haben wir auch schon gemacht Alter das Auto fährt einfach zurück GK auf 2% oh schön hast du den jetzt auch gekauft? ja hab ich und jetzt? Nein, 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 nein Ach, Arschloch Hallo, warte Jetzt Unglaublich Begib dich zu einer Bandenoperation Sollen wir wieder so eine Bande auswischen? Ja, dann Na, das macht doch nichts Ja, voll einfach Ich möchte aber mein Auto haben mit den Leuten, die man auspusten kann wegpusten kann Was? Ach so Ach so Ja, mit dieser Menschenkarte wurde da Das ist so nicht So, das ist wirklich Also ein Zweirad, das muss überfahren werden Bandenoperation entdeckt Hier, da, überfahr die alle Ja, super Ich streck mal lieber aus, was weiß was du denn machst hier Ich bin noch nicht Voll die Wut Uuuhhhh Nicht mich, nicht mich Sonst mal wer? Der schießt ja auf mein Auto Oh, da oben Ja, Moment Wie sie können die nicht durchschießen? Ach, alles muss ja selber Gehst du da hoch? Ja Ja Und wie ich die jetzt töte, pass auch Bäm Ah, hinter mir sind vier welche Ich weiß, der ist noch nicht tot Oh, ich kann jetzt Ah, das kann ich doch Das war's Wart auf mich Nö, mir ist der dritte Ja, der kommt grad Ey, der kommt irgendwie immer mehr, kann das sein? Los Und weg hier Und tschüss Was? Noch eine? Ey Was? Dass sie eine Sack hast Nee, von mal recht, ich glaube es geht Das war links, aber okay Wir haben vorhin links Noch eine Band, noch kurz Oh, die ist ja direkt hier Scheiße Sterb die Arschlöcher Loll, der hat voll gut getroffen Was? Vorher ich verteihe nur Headshots Bäm 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 bämㅇ bäm 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 Moment, wieso? Bäm 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 ich habe mir mal auf ja noch mal mehr auf dem Weg ist der Fall der Satellitverlust der Mauer ein Kuhn ein Jahr Prozent mehr als ein neues Auto holen ein das geht noch so wie er steht Polizisten er liebt mehr die Städte die doch die Arme an der Städte Prozent auch kräftig alles gut wir haben nur noch einen Reifen das fehlt hinten die Stoßstange guck dir das an wie die hinter uns alle fahren ist ja brandgefährlich ich darf nicht nach hinten gucken sonst meckerst du mich wieder an Prozent ja Entschuldigung ein bisschen hier rein in den Laden kann ich mir auch direkt Munition kaufen, haben wir nix mehr Shopping Munition, Gravaten kaufen Waffen Pistolen Trotrinten MPS Hä? Wieso? Hä? Stattübernahme geschafft, was ist denn das für ne... Was sind das für scheiß Missionen? 500 Euro Dollar Mio Dollar Respect 5 Ich bin immer noch 4, was soll der Scheiß Naja, ich bin 5 Schön, schön, schön Shopping Ist doch egal Waffen verbessern MPS Munition, Granaten kaufen Was haben wir denn hier? Oh, ich hab ja 7000 Oh, 7000 Oh, 7000 Oh, 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 oh Oh, total höher Dildo Erstmal Granaten kaufen Wurfwaffen Wurfwaffen Nahkampf Bäm Sprengwaffen Gewehre Äh, da Neunhunderttausend Dollar Haben die ein Ei am Wandern oder was? Was haben die? Ei am Wandern Ei am Wandern? Was haben meistens nur Frauen? So, ich bin fertig YouTube YouTube Ja, nein Wie, nein YouTube ist woanders Jetzt ist die Frage Was? MPS Die, die weniger kostet Kann ich jetzt auch wieder zurückrüsten Das ist ja scheiße Stufe 1 Tech Z10 Stufe 1 Und Wenn du wüsstest, was ich grad mache Todesblüte Qualitativ hochwertige MP Die Kugel mit extrem schneller Folge abfeuert Erhöht die Ja, aber kann ich nicht leisten Das ist doch scheiße Oh, 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 oh Oh, oh Ja, oh Aber was machst du da schon wieder, perverse hinter meinem Rücken? Warte, pass auf! Nicht machen! Nichts machen! Bleib doch mal einfach stehen! Ich bin hier um Hilfe! Oh, es fühlt sich gut, einen Bandenstern anzupassen! Du bist ja ganz toll! Hier, warte, ich hole uns mal ein Auto! Bleib stehen! Komm rein hier! Ja, ich komme! Ja, aber, ne? Das würde ich nicht... Was? Oh, ist doch nicht wahr! Vor den Füßen von Beamten! Komm, gelebt mich mal wieder hier! Ich bin gleich tot! Hallo, hier! Wie bist denn du? Du wirst mir nicht angezeigt! Bei den Bullen! Bei den Bullen hier hinten! Du wirst mir nicht angezeigt! Weiter, ja, weiter in die Richtung, weiter in die Richtung! Weiter, 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 weiter! Schieß den Bullen ab! Welchen Bullen? Der da! Ach, toll! Super! Krankenhaus, wir kommen! Hast du ja auch in GTA mehrmals erlebt! Ja, aber nicht aufgrund so einer Tatsache! Nein! Super! Du bist erledigt! Du bist erledigt! Warte mal, bleib mal stehen! Nein, ich bleib nicht stehen! Bleib mal stehen! Nein, ich bleib nicht stehen! Nein, ich bleib nicht stehen! Okay! Bist du sicher? Du bist gleich tot! Wieso bist du schon wieder... Was machst du denn? Ey, weil du eine Spezialwaffe abgefeuert hast! Ich habe überhaupt nichts gemacht! Das ist doch nicht wahr! Was machst du denn? Ach, der ist irgendwie hier ein Trottel! Laub mir nicht hinterher, das macht mir Angst! Komm her! Komm her, komm her Baby! Komm her! Komm her! Oh yeah! Ich kann nicht stimmen! Alter! Was ist denn das hier wieder? Ey, Moment mal! Hey! Was machst du hier? Bleib weg! Ey, wenn ich jetzt gleich wieder erledigt bin, ne? Bleib weg! Bleib weg! Bleib weg! Hallo? Bleib weg! Toll! Ha-ha! Komm hoch, die hälfte doch! Na ja! Die Hälfte feststehen! musician! C weg hier ihren Fahrer da waren gerade Bullen ist doch egal du musst es ja wissen mit Fadi denn hier wie fährst du denn geradeaus ja merke ich unsere Türen sind schon wieder am Arsch weil wir sind durch wo willst du hin wir sind noch so mit Ziel hallo zurück von meine Garage darunter ja mach ich doch weißt du ja ein Ding da geht es ja runter so und jetzt fahr den Fahrstuhl hoch ich nehm mal einen eigenen so Freunde so während der Calvin hier gerade krepiert würde ich sagen mit diesem Teil wie er unter den Lebenden das ist ja der Staat von Rudi kann dafür auch nichts ich bin dran vor der Eier die die dort die die dort die die dort die die dort okay wie du wolltest die die dort noch die die dort die die dort die die dort ja super hohen schneller nahkampf was wo bist du denn Was ist jetzt los? What the fuck? Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Was? Schneller Nahkampf. Los geht's! Ich hab ja mal grad ein Minispiel gemacht. Was? Hallo? Du musst mich, glaub ich, jemals. Moment, ich komm ja gerade. Nicht rum. Was ist das jetzt hier? Ich hab keine Ahnung. Punkte der anderen Spieler? Ey, was ist das? Hä? Du hast keinen Punkt. Moment, aber 300. Zwei Minuten. Hä? Was geht hier ab? Ich kriege auch keine Punkte hier. Nix. Nicht. Ich glaub, du musst mich einfach nur jagen. Wo bist du denn? Ja, siehst du doch. Ich bin eine rote. Nee, ich weiß ja nicht, wie ich bei dir aussehe. Aber bei mir bist du... GPS-Abkürzung freigeschaltet. Ich bin so auf blaue Punkte zu fahren. Und dann krieg ich Punkte. Meinst du? Ich habe keine Punkte. Was musst du machen? Ich hab doch keine Ahnung. Versuch mich doch mal zu kriegen. Ja, Alter, bleib doch mal stehen. Du musst hier abhauen. Sonst kriegst du ja Punkte. Ich glaub, das ist Sinn und Zweck. Punkte der anderen Spieler 1.930. Deine Punkte? Null. 2.000. Ich glaub, wenn du mich... ...lösch, dann kriegst du Punkte. Aber du bist einfach zu schlecht. Ich fahr dir die ganze Zeit hinterher. Ja, dann bist du wohl zu langsam. Fährst du auch in so einem komischen Fahrzeug? Ja, ein Panzer. Ich fahr in so einem Golfwagen. Ich hab'n Panzer. Immer auf Golfplätzen fahren. Was soll denn der Kack? Ja, und warum krieg ich keine Punkte? Ich zieh' hier vielleicht... Moment. Da der rote Punkt vielleicht? Ja, der rote Punkt bin, glaub ich, ich. Nein, das glaub ich nicht. Glaub schon. Nein, das sind... ...Polizeiautos gewesen. Upsa! Oh, schlau. Ja, aber... Wie soll ich denn jetzt hier... Ja, jetzt muss ich wieder zurück. Was soll denn der Kack? Ich hab eben... Das ging so schnell. Ich hab gar nicht gelesen, was da drin stand. Ich auch nicht. Jetzt komm ich dir irgendwie entgegen. Das ist ja... Ja, komm doch mal her. Komm auf mich zu. Ja, du kommst grad auf mich zu. Scheiße. Alter, was getroffen. Kurve! Alter, lass mich in Ruhe. Ich fahr' hier jetzt halt immer Schlangenlinien. Alter. Alter! 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 Lass mich in Ruhe. Das war ja spaßig. Aber ich hab' immer noch keine Punkte. Ey, wieso? Also, wo kommst du bitte an so viel Punkte dran? Ja, wenn ich immer so einen Wegpunkt hier abfahre. Was denn für ein Wegpunkt? Ja, die hast du nicht. Ich muss dir entkommen. Ja, danke. Das ist ja total assig, weil... Mit der lahmarschigen Kiste... Ja. Ich glaub, ich hab' gewonnen. Ja, ist ja klar. Hallo, wie soll ich dich mit so einem lahmarschigen Teil hinterher... Ja, ja, äh... Ja, äh... Ja, äh... Das ist ja total wurscht. Ach, guck mal. Jetzt muss ich dich kriegen. Ah, wer mehr Punkte kriegt. Häppidi, 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 wo? Ach, der lebt. Musik ist ja ätzend. Ach, guck mal, da... Schnell weg hier. Okay, ich musste einfach entgegenfahren. Sehr gut. Das krieg ich schon hin. Das ist ja so schlecht. Ja, jetzt fährst du da oben lang, oder was? Was ist denn lang? Ich fang grad auf die Kacke, ey. Scheiße, ich steck fest. Ja, mit so einem Panzer sollte man schon umgehen können. Ist wohl scheiße. Kacke. Da denk ich mir auf den Klo auch immer. Das ist so eine murksige Kacke hier. Kann das wahr sein? Scheiße, pass ich auch nicht durch. Doch, pass ich wohl. Nein, pass ich nicht. Fuck. Das muss ich doch mal irgendwie kriegen. Jetzt sieh's mal, was ich eben für Probleme hatte. So eine Kacke, Steuerung. Das habe ich jetzt... Das habe ich mir immer gedacht. Alter. Das kann ja nicht wahr sein. Na, ich kann ja nicht. Ja, so macht das doch schon Spaß. Ja, ja. Das ist trotzdem immer noch die Hälfte meiner Punkte, ja. Und das ist noch die Hälfte der Zeit, Scheiße. Ich kann mal jetzt irgendwie kriegen. I dream the dream in time on my... I hope was I am I felt... Komm mal her, hier. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Bist du bescheuert? Ja. Meistens schon. Komm mal her, jetzt. Kacke, ich habe mich hier gerade verfranst. Ja, das ist gut. Jetzt komm her, hier. Das hört sich sehr schön an. Boah, Scheiße. Mann. Mann. Da oben. Ja, du kriegst sie hier eh nicht. Mann, Kacke. Mann. Du kriegst aber Punkte. Hahaha. Du bist wieder hochgekommen, ja. Hä? Ich komme hier nicht um die Kurve. Ich komme hier nicht um die Kurve. Ich komme hier nicht um die Kurve. Äh, nein. Oh, das kann doch nicht sein. Ich habe mich hier total festgefranst. Der Scheiße kommt hier nicht um die Kacke-Kurve. Ich ist ganz... Gewonnen. Nein. Ich komme nicht um die Kurve. Na, toll. Ich habe sogar noch gekriegt. Ist doch scheiße, ey. Jawoll. Katz und Maus. Scheiße, Katz und Maus. Hinweis, der Bambus-Player ist beschäftigt. Bist du sicher, dass du die Verbindung unterbrechen möchtest? Nein. Ist doch nicht wahr. Ach, sehr schön. Da hätten wir das auch freundet. Mal so ein Minispiel. Ah, was ist denn das? Nein, nein, Kampf. Wow. 4 Prozent. Hallo. Ach, du bist ja hier. Hallo. Bede. Schon wieder abgeballert, das weißt du, ne? Ich werde nicht abgeballert. Nein. Was machst du denn da? Weiß ich noch nicht. Warte mal. Was denn? Ja, ich laufe hinter dir her. Moment. Warte. Geh mal da rein. Ich habe eine Überraschung für dich. Geht nicht. Geh, bleib mal da drinnen stehen. Geht nicht. Bleib mal drinnen stehen. Geht nicht. Ich bin tot. Na, ich soll ja drinnen stehen bleiben. Ja, jetzt komm raus. Okay, danke. Ich bin schon wieder tot. Oh, ich liege neben dir. Oh, du bist so ein Player-Bambus, ey. Du bist so ein Hohler-Bambus, ey. Der Teil ist so toll. Freunde, ich glaube, wir machen jetzt hier Schluss. Ich glaube, wir haben mehr Spaß an anderen Dingen als an dem Spiel. Was machst du mit der... Was machst du mit der... Was machst du da? Keine Ahnung, Mensch. Was kann ich hier nochmal hin? Alter! Was denn? Waren. Jawoll! Oh, aber, den möchte ich dich haben. Oh, mir ist das Wanne von einer von der Bande. Komm, du! Ich habe immer einen Polizisten totgerissen. Wissen, du! Wissen, du! Polizei-Auto! Peacemaker! Wieso ist der denn jetzt schwarz geworden? Weil du reingegangen bist. Schieß, Maul, Eifen kaputt, ne? Bums! Zwei Räder, zwei Räder müssen kaputt gemacht werden. Hey, du Idiot! Was? Was ich? Nein, du dich so. Ausländer. Nein, ja, ja, hallo. So, das Blut, Verbindung kackt schon wieder ab. Nee, ist noch stabil. Da war doch gerade hinter uns was. Lol, lol. Ist das eine Kehrmaschine? Hat gegen die Jahre? Weiß ich nicht. Schnellweg hier. Na, schnellweg hier. Ah, zwei Rad. Fail. Mach, guck mal, da blinkt was. Ach, nee. Das ist Katz und Maus gerade gesehen. Ich bin. So bin ich. Hallo. In der Weltweil, glaube ich. Ja, das glaube ich auch, Freunde. Weil es macht keinen Sinn mehr hier. Dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Dann hoffentlich mit einer stabileren Verbindung. Und dann, ja. Ach, guck mal. guck mal, da. Ich hab. Wumms. Ich, ich sag tschüss. Nee, warte. Das Kripp sucks. Hat das noch mehr? Steck mal da auf. Sag tschüss. Schnell. Okay, Freunde. NRW über 18. Adieu. Hallo. Und tschau. NRW über 18, adieu, genau. Tschau, tschau. Tschau. Ich sag mal. Hschau. Ich sag mal.